Die Promi Big Brother Kandidaten haben Videobotschaften von ihren Liebsten bekommen. Iris Klein vermisste dabei jedoch ihren Freund Mr. T. Im Netz spekulieren die User über den Grund. Promi Big Brother Iris Klein. Mr. T. schickt ihr kein Video, weil er krank ist. Die Zeit im Promi Big Brother Container zermürbt die Mitbewohner, und so hat der große Bruder ihnen Videobotschaften von ihren Liebsten zu Hause schicken lassen. Iris Klein, 56, konnte sich dabei über einen Clip von ihren Töchtern Daniela Katzenberger, 37, und Jenny Frankhauser, 31, freuen. Nur einer sendete ihr keine Grüße und lieben Worte. Ihr Freund Mr. T. Aber warum nicht? Ich weiß, dass es eine Herausforderung ist. Du machst uns richtig stolz, lobte die Katze ihre Mutter, die im Haus auf ihren Ex Peter Klein, 56, getroffen ist. Ihr aktueller Freund Mr. T. hingegen hat sich krank entschuldigen lassen. Ich soll dir von Thorsten sagen, dass er dich liebt, dass er dich vermisst und dass er ganz stolz auf dich ist, richtete Jenny ihrer Mutter aus. Die war jedoch sichtlich enttäuscht von der Abwesenheit ihres Liebsten. Schade, ich hätte mich gefreut, weinte sie niedergeschlagen. Dass ihr Herz noch bei Peter hängt, merkt ja wohl jeder. Dass Mr. T. aufgrund von Krankheit nicht ein kurzes Video aufnehmen konnte, kaufen die Zuschauer im Netz diesem jedoch nicht ab. Mr. T. liegt flach und kann keine Videobotschaft schicken. Ich wette, Iris hat in ihrem Wahn den Mr. T. nur erfunden, um Peter eifersüchtig zu machen, wetterte ein User auf Twitter. Dass Iris sich mit ihrem Liebsten bereits öffentlich knutschend auf dem Oktoberfest gezeigt hat, scheint nicht jedem bewusst zu sein. Andere Fans glauben zwar an die Existenz von Mr. T., glauben aber, dass dieser schlichtweg keine Lust mehr hat. Der Thorsten hat wohl keinen Bock mehr. Kann ich verstehen, wenn man täglich zugucken kann, wie sie ihrem Ex noch hinterher weint, so ein Fan auf X, ehemals Twitter. Und auch ein weiterer Zuschauer ist überzeugt. Mr. T. ist bestimmt begeistert. Dass ihr Herz noch bei Peter hängt, merkt ja wohl jeder. Mr. T. ist nur der Notenagel, weil Peter nicht um sie kämpft. Während Iris im Container noch nichts von den bösen Kommentaren ahnt, bekommt ihre Familie draußen diese mit. Ich weiß ja, wie man sich den Kopf über jede Kleinigkeit zerbricht. Thorsten war wirklich krank und lag flach. Deshalb habe ich eine Botschaft für ihn gesagt. Ich weiß ja, wie man sich den Kopf schickt.